Matthias Blühbaum, Rund Nr. 5. Das ist der 2. Draftat im Tournament. Einer gegen die beste Spieler der Welt und einer gegen die beste Femalige Spieler der Welt. Kannst du mir etwas über das Spiel gegen Y-Fan erzählen? Ja, es war ein sehr strange Spiel, weil ich eine sehr gute Position aus der Öffentlichkeit hatte. Aber nach B5, ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe nur all meine Zeit und habe nicht einen guten Weg gefunden. Ich glaube, ich war vielleicht schlecht. Aber dann hatte ich noch einige Werte. Aber auch einige Werte. In der Endeffekt war es ein Draftat. Ja, es war okay, dass du dann ein Draftat hast. Wo hast du die gewinnende Werte? Nein, vor dem Endeffekt. Als ich auf C3 fiel, gab es auch Qa3. Es war zumindest ein paar Werte, aber ich habe es nicht gesehen. Ist das dein erstes Super Tournament? Wie ist es für dich? Ja, genau. Es war mein erstes Super Tournament. Natürlich ist es für mich sehr schwierig. Aber ich versuche nur von Spiel zu Spiel zu schauen. Ich hoffe, ich habe noch mehr Punkte zu bekommen. Und natürlich zu bekommen. Wie ist es, dass du hier in diesem kleineren Spiel spielst? Wie ist es, als wir es mit den großen Routen in Karlsruhe? Was magst du? Ich glaube, ich mag Karlsruhe aus dem Hotel, weil es etwas näher war. Aber sonst ist es auch sehr schön. Ich glaube, ich habe noch zwei Spiele in diesem Tournament. Was ist deine Hoffnung? Welche Gäste für diese zwei Spiele? Nur gute Spiele spielen oder versuchen, einen zu gewinnen? Ja, gute Spiele spielen. Und hoffentlich auch einen zu gewinnen. So, zumindest eine aus zwei. Und vielleicht eine und eine halbe, wenn das sehr gut ist. Aber natürlich, das ist meine Hoffnung. Ich weiß nie, was passieren. Was wirst du nach diesem Tournament machen? Um zurück zu studieren. Ich meine... Es begann tatsächlich am Dienstag. Und ich habe es nur wegen dieses Tournament aufgenommen. Aber dann muss ich zurückgehen. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Good luck in den letzten zwei Spielen. Danke.